Ich sehe so viele Wände, so viele Möglichkeiten, wo man malen könnte. Ich fände es einfach schön, wenn die Stadt insgesamt bunter wäre. MUCA steht zunächst einmal für Museum of Urban Contemporary Art. MUCA ist für uns auch ein Stück weit Lebensgefühl, ein Stück weit Erlebarmachung von Kunst und Kultur. Es gibt sowas noch nicht. In München hast du halt überhaupt noch kein Angebot dafür und die Reaktionen sind eigentlich zu 100 Prozent immer positiv. Oft stelle ich mir ein Museum vor mit langen weißen Wänden, überall Ordnern, ich darf nicht fotografieren. Genau hier ist die MUCA angetreten, um alles ein bisschen anders zu machen. Ich denke, München ist definitiv an dem Punkt, wo es bereit ist für MUCA. Aber ich glaube auch, wo es Zeit wird für MUCA.